Ich bin Samuel Winchewitsch und beim diesjährigen Aufstiegskongress präsentiere ich euch ein Rezeptbuch in der Nutzung der digitalen Chancen und gleichzeitig mit einem guten Kundenservice. Das ist sehr interessant, viel interessanter finde ich aber die Chance für den fitness- und Gesundheitsmarkt mit einem ganz anderen Aspekt im Zuge der Digitalisierung. Denn Menschen, die beruflich mit digitalem Wandel zu tun haben, müssen Probleme lösen, müssen Veränderungsprozesse betreuen, um dann erfolgreich am Markt zu bleiben. Und auch privat sind wir immer weiter und immer stärker digital unterwegs. Und das wächst eine Sehnsucht, die vier Millionen Jahre alt ist. Denn in unserer Evolution, in unserer Biologie und Psychologie sind wir auf Gemeinschaft geprägt. Würde man uns in einer Zooghandlung kaufen können, würde stehen, nicht einzeln kaufen. Und wie ihr in der Fitness- und Gesundheitsbranche genauso wie wir bei viel Coaching und Training davon profitieren, das werde ich euch in Mannheim erzählen. Versprochen, praxisorientiert, sofort umsetzbar. Wir sehen uns in Mannheim. Bis dahin. Bis dahin.